und ich habe das ein bisschen komplizierter gestellt wenn ich mir mein Singleplayer so überlege was soll ich auch vor das ganze noch als Singleplayer hochzuladen ja, würde ich Mama, ich würde so Porte 1 machen, Porte 2 Vorsicht, ein Archer ist abonnenten, er kündigt was an ja, cool, oder? Level 3 oh Gott, oh, in der Wecker sind diese Tests potenziell tödlich? Angesichts des bisherigen Verlaufs wird dies für einen von euch zur echten Herausforderung warte, da rein bitte, was? komm mal her, komm mal her ich hab dir mal getötet da ein Portal und da ein Portal danke ach, ne, ist das nicht Alter ok was passiert, der Gegner? oh, der Gegner fuck hm so, warte mal, ich geh mal hier drüber was passiert, was passiert mit dem Knopf? danke ah, muss hier rinnen warte, mach mal, Audrey, geh auf den Schalter, geh auf den Schalter geh auf den Schalter geh auf den Schalter die gehören zu uns zack du hast sie durch die Wand kaputt gemacht? ja äh hast du überhaupt schon mal Portal gespielt? nein merkt man warte, ich mach die Tür auch noch auf ok jetzt müssen wir nämlich der OMAD öffnen ich geh mal durch wie komm ich da jetzt hoch? ah wir müssen jetzt, äh also das äh wir müssen das das ja aktivieren, oder? guck mal hier warte, warte, warte wir müssen da irgendwie durch ah Entschuldigung ne warte, das muss warte warte hast du da irgendwas? ne warte mal, warte mal, warte mal tu nur mal das den Würfel hier auf dieses Portal lenken warte warte perfekt jetzt sitzt du hier in Portal da eins und da eins und da oben Perfekt Gehst du auf? Danke Da musst du erst mal drauf kommen, ey Oder? Ja gut, ich habe schon Erfahrung damit Deswegen muss ich auch wieder diese Geschütztürmer kaputt gehen Ja, okay, ich komme davon auch aus den Letztplayern Aber ist schon nicht so Deine Welt Ich glaube, er hat dafür 10 Minuten gebraucht Ja, es ist gut, wenn einer schon das als Singleplayer so halb angezockt hat Dann ist das vorteilhaft Okay, wenn man Singleplayer gespielt hat, dann ist es ja nicht so schwer Nee, dann eigentlich nicht Hast du es eine Geste gemacht? Nein Ich habe Schere Oh, weiter, jetzt machen wir weiter hier Ähm Ach du Scheiße Geh mal drauf Ah, okay, geh mal du auf den anderen Fressfest umschlagen Irgendwie muss man da Warte mal Warte, was macht der Schalter? Gibt's da einen Knopf? Wir müssen auf jeden Fall diese Wir müssen irgendwie einen Würfel rausholen Geh mal ruf Da, der ist da Da muss jemand hingeschossen werden Ja Ah Ach, nein Oh, nicht runterschmeiß Nicht runter Nee, nicht runter, bloß nicht Warte Die müsste Da muss irgendwie jemand Ah, da rum Ja Ah, und du musst jetzt irgendwie runterkommen, oder? Oh, das fand ich clever Ja Warte, 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 warte Wo ist denn der Würfel? Der ist hier unten Guck dir doch auf Tab an, dann siehst du das Ach, wo bin ich? Ach, du Scheiße, da rum Ah Ah, ich muss jetzt, ich muss jetzt nochmal runter Warte, warte, setzt du hier im Portal? Ja Achso, da hinten? Nee, das bringt nichts, hä? Geh jetzt nochmal runter Äh Geh nochmal jetzt rauf? Und jetzt bin ich hier Geh mal rauf Geh mal aufs andere Aaaaaah Oh Runter Ah, warte, warte Ah, nein, ich bin nicht sterben Jetzt muss ich mit denen und wie rauskommen wieder Wow, so, wie muss ich das machen? Da drauf? Ja Dann Gehst du mal bitte? Setz mal den Würfel ab, setz den Würfel ab Ah, warte Aber ich da bin ich da, bin ich da Setz ihn eben oder nebenab Habe ich Dann, da am Portal setzen Achso, warte Rotes Portal Hallo Geht das nicht? Jetzt nimmst du den Würfel? Gehst da rein? Und kommst da oben raus Warte, zähl ich dir wieder Jetzt gehst du da drauf Ja, ja, und jetzt gehst du dann nach oben? Jetzt gehst du nach oben Äh, nach unten musst du ja Dann so Gehst du rüber Warte Äh Schau ich das? Äh Ich versuch's Nein Achso, warte Doch, so, bitteschön Geh da rein So Jetzt den Würfel hier dran Den Würfel hier dran Einmal da rein, bitte Achso Zack Ach, da oben war das Ich dachte, der Winter Komm Ergibt mir einen Fall Aber das fand ich schon ein bisschen schwerer jetzt So Ich finde das mit der Tab, mit der Tabtoste richtig gut, ey Ja, ich, ich konnte nicht sehen, wie ich laufen musste So, wer gewinnt? Hallo Ich bin P-Buddy Ich bin Mr. Atlas Oh, P-Buddy P heißt, P heißt zu, heißt platt P-Buddy P-Buddy Ich wiederhole, dies ist in Level 5 von 6 Da spielst du nicht vorbei, juhu Äh, ich gewinne, yes Ähm, was hast du gesagt? Jetzt kaputt Was hast du damit gemacht? Hm Ah, das bewegt dich Das bewegt sich ist darüber ist darüber reikt ist er von mann hier ging mal hier ging kommen hier gegen du bist hier ging und hier da gehst du rüber bitte jetzt da rein ein der stürmer jetzt muss ich wieder drüben kommen ach so warte was hat auch für dich machen ja alter ja ich war ich will nichts machen was Was hast du gesagt? Passiert nichts. Na komm mal durch mein Süßer. Also du geh mal durch hier. HALT! HALT! Warte ich mal. HALT! Moment. Jetzt... Warte ich lass' bis ganz so umfahren. HALT! Ja, ich hab' mich eh nicht mehr gerettet. HALT! Soll ich jetzt? Da will ich rechts rüber. RETRÜBER! 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 HALT! 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 Und jetzt? Warte, warte, warte! Drückt Tab! Ach du musst für mich ein Portal machen. Geh mal hinten hin! Hier! Da! Ja, das weiß ich ja auch. Aber ich muss für dich noch ein zweites Portal irgendwie setzen können. Warte, 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 warte! Schnell dir, äh, schnell dir, äh, schnell dir, äh, schnell dir, so hin, dass du da rüber geht. Schnell, genau. Genau. So, da komm' ich auch mal rüber. Jupp! Hallo! Ich hätte wohl genauer ausführen müssen, dass Teamarbeit ein Konzept ist, bei den mindestens zwei mit dem Ziel zusammenarbeiten nicht völlig zu können. Nein! Ich verliere immer einen Sing-Jong-Jong. Ohhhh! Okay, ich rede immer ein bisschen anspruchsvoller werden hier. Aber, komm' ein bisschen! Komm' ein bisschen! Komm' auch mit, du bist! Das war jetzt aber ein bisschen einfach. Hm, ich glaub' das Spiel werden einen zweiten durchspielen. Ich glaub' wir brauchen keine zwei Tage, ey! Zwei Stunden! Ne, ne. So weit kommt jetzt. Es müsste Level 6 sein. Manche Tests sind nicht auf das Labor. Wow! Der nächste Test ist so gänzlich anders. Ich kann nicht, meine ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. Wo sind wir denn? So diesen Portal kann ich machen? Äh, Sarkasse. Wozu denn? Wir müssen da runter. Ah! Es ist da hinten in den Netzwerk. Hier hinten. Da hinten. Ah, da ist ein Portal. Ha! Hab's gefunden. Guck mal, da hinten ganz kein Schlitz. Komm' durch. Oh. Äh. Wollte ich noch nichts machen? Kann ich mir jetzt selber nichts machen. Ich muss die CD suchen. Da vorne ist sie. Äh. Hä, cool ich kann durchgehen. Na guck mal, cool ich kann durchgehen. Cool ich kann durchgehen. Cool ich kann durchgehen. Das Zeug geht nicht auf. So warte mal, wo müssen wir denn denn hier hin? Also lass mal einen Überblick verschaffen mir. Wir müssen da durch. Und aufkriegen wir das, wenn wir die CD finden. Na wo ist die CD? CD, wo bist du? Die CD ist bestimmt da drin, da müssen wir irgendwie reinkommen. Ja. Ich hab' ja gesagt, die Level könnten ein bisschen anspruchsvoller werden. Bitte. Ach, F für Countdown. Hm? Hast du denn da gemacht? Äh, ja. Ja, hallo? Hast du da was aktiviert? Hi. Was soll ich das machen? Was soll ich das machen? Mach ich jetzt. Das ist sicher gar nicht. Ihr steht jetzt, wenn ich hier rangehe? Ach hier. Hä? Muss ich das verstehen jetzt? Hä, wofür wollen wir den Countdown? Ach, den Countdown hätten wir vorhin gebrauchen. Ach, guck mal was hier drüben ist. Mach ich, du musst hier irgendwas drücken und hier muss ich schon gedrückt, aber das geht automatisch nach oben. Hier geht Countdown. FBG HZ Ah, wir müssen das gleichzeitig, warte ich gab mal einen Countdown Dann drücken wir das gleichzeitig Was für die Tatsache? Yes, komm durch Nochmal, nochmal, nochmal Warte ich mal wieder einen Countdown Du musst E drücken, weil ihr go 3, 2, 1 Go Yes No Was ist das denn? Das sah so geil aus aus meiner Festplatte Nee Wo ich rutsche geschlagen habe ich im Flug erstmal eine Rückwärtsrolle gemacht Hier kommst du? Da kommst du hin Nochmal, oder soll ich jetzt mal durchrennen? Nee, warte, 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 warte Wollen wir nochmal Countdown? Warte, ich habe eine andere Idee Ich habe echt eine andere Idee Oh, machst du Countdown? Nee, komm ich mach 3, 2, 1 Und tschüss Ich bin drin Ich bin drin Ich bin reingekommen Oh mein, du hast es hier Oh Mann ey Weißt du was du machen musstest? Oh mein Gott ey, das war so genial ey Das war so genial ey Ich hab die CD Ich muss wieder reingehen hier Was ist das denn? Was musst du jetzt machen hier? Ich hab beim Portal einfach reingesetzt Ist das unfair Ich keine mehr ey, ich keine mehr Ich hab's wieder sorgfältig zusammensetze Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz Zumindest können wir uns unterteilen, dass ihr Schmerz verspürt Oh Oh Was mussten wir jetzt machen? Nee, ich hab' gesagt, dass wir Gewalt Ähm Dass wir sterben Oh, ich liess schon die ersten Kommentare, ey, unter diesem Video Oder unter den dritten oder vierten Parten, was wir jetzt hier machen Nee, ich glaube ich nicht Zweiter oder? Ah, ich hab' freigeschalten im Teamaufbau Äh, kann das sein, dass wir ganz am Anfang wieder sind? Nee, ich hab' immer neue freigeschalten Guck mal zwei Lenden Ah, ich bin schneller als du, ich bin besser Ich bin beweglich, ja Bist du jetzt hin, da drüben, oder? Bist du denn? 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 Bist du? Bist du? Ey Weil, ich hab' das jetzt gar nicht so genau verstanden bei der Disc ich hab mir eingesetzt und ein Buch so gut in der Auskommel vielleicht auch kommen wieder daraus bis zweimal gestoppt so ungefähr auch nach dem Wasser und Geschwindigkeit sie mussten nichts weiter tun als fünf Minuten durch die Gegend zu laufen woraufhin ich sie zehn Minuten lang Öl Prozent und die Partie um aber okay die Duma und Darm aus Anspruchswoller gestaltet und die Lopolder jetzt noch mal kommt einmal hier ein Grund er ist hier ein Mensch der Herrschwein und abstehender die Erkrank so hat man für dich ein Spiel da hoch so bist du um um aber auch vor allem nicht doch hier einmal durchschnittlich oder springen stadt bettet die für die auf das nicht mehr wer überlegen so ist doch uns das nicht mehr oben da hoch müssen wir ja wie kommen wir doch ich bin wieder runter hatte mann jetzt muss ich nicht warte 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 ich mach mal ganz kurz was ich muss darüber ich habe ich habe ich muss da hoch du bist da wieder hoch erlaubt muss ich nicht machen und zwar hier darum kann ich hier oben muss denn es machen wo hier oben dann wird durch ihn kann der anrufe aber ich hab du aber es ist ja umgekehrt machen warte warte danke und bis zu oben jawohl als möglicher machen jetzt musst du du machst zum wie ich hab schon ich hab schon ich hab schon ich hab schon ach so du hast von dir ausgemacht ah meiner oh bin ich tot das ist gar nicht so einfach ey nee wo muss man darauf kommen ja ich musste dich zuerst hochschicken weil ich konnte das von oben aus machen ihr könnt euch nicht vorstellen wie ermüdend es ist jemanden dafür zu loben dass er einen sicherheitswürfel in einen behälter befördert der genau dafür vorgesehen ist ja wieder egal die labert nur gescheiter die labert zu viel stehe entweder Meist die das ist hier habe ich